Für die Schweine wird natürlich auch nur das beste Trinkwasser zur Verfügung gestellt, das ihnen immer zur Verfügung steht, wo sie eben die Nippeltränke haben, wo sie sich das Wasser immer selbst holen können und das ist ihnen eben immer zur Verfügung, gleich wie bei den Automaten als Futter, da können sie auch, wie sie wollen, können sie eben hingehen, fressen, wie es ihnen taucht wird.